Bauerfeindrüstung funktioniert, Alter. Willst du heute Nikolaus oder ich? Wir können doch mal allen zeigen, dass wir die besten Partner der Welt haben. 31er, Geschenke. Für wen ist Merk? Der Voss Winkler hat irgendwie so 37 bestellt und für den Rest weiß ich nicht. Dennis hat auch eine All-in-One-Rüstung von Bauerfeind bekommen scheinbar. Ist das alles Dennis? Ich glaube ja. Fuß, Arm, Fuß, Arm. Der Arm ist ja jeweils einer, glaube ich. Und nochmal Fuß, zweimal Fuß, zweimal. Macht Sinn, hat er zweimal jeweils, ist konfirmt. Zeig doch mal das schöne Stück. Guck hier, altes Modell, sehr guter Schuh, Farbe aber bei neu viel besser. Bei Jürgen auch sehr clean und auch in etwas kleiner sind sie auch sehr gut aus. Mit Solo-Schrift zu viel hinten unter dem Ding sieht es so fucking geil aus. Meine Nipples are always hard. Werde ich damit höher springen? Weiß ich nicht. Ich hab gerade große Pizza gegessen. Es wird eine Zeit in deiner Karriere kommen, wo du immer mehr appreciates, was wir für Partner haben. Natürlich. Ich dachte, wenn ich mit einem Knieschoner spiele, immer dies. Oh, da hat Mizuno auch schon angekündigt, dass du einen neuen Slide-Cancel-Knieschoner bekommst. Ja? Richtig. Besser ist es, Alter. Mizuno-Partner ab hier, oder was? Bauerfeind für Ganzkörperprothese. Hier, äh, ne? Dies, das? Ja. Und dann nutzen wir oben noch schöne Rützen, Alter. Und mal ein kleines Kollabo hier mit der German-Puddle-Tour. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ich blende Instagram-Account ein. Auch gut. Ich wollte irgendwas sagen. Und weil immer noch ein, zwei Leistungsträger gesperrt sind, ist das Spiel der Eintracht am Wochenende wieder höchst gesandt. Topspiel gegen die Tabellen drin. Platz 1 gegen Platz 3. Und wir sind geschwächt. Mal gucken, wie die Trainerin sich das Spiel vorstellt. Hallo, was ist am Wochenende für ein Spiel? Äh, Slendert W3 gegen uns. Wie viel da sind die? Boah. Auf jeden Fall so, dass wir sie schlagen können. Möglicherweise auch. Was trainieren wir dann heute? Am besten die Position. Zuspielen müssen wir mal gucken, wer das ist. Ich weiß gar nicht, wer da ist am Wochenende. Das musst du vielleicht einfach klären. Aber auf jeden Fall... Warte, wir klären das sofort. Bodenlos. Ich hab Suf aufs Samstag verlegt. Boah. Fuck me out. Ey, Dirk! Wer sie in hier einläuft, muss sie später auch nicht auslaufen. Oh, nö, ne? Was ist das denn? Kein Band? Heute muss mal wieder Feuer sein. Leute beleidigen. Also, bei jedem Zuspieler drei Dinger oder so, jeder sechs Dinger. Pronieren geht über studieren. So stabil mit den Bauerfeind-Arms-Minister, ey. Wow! Oh, Alter, geil, ey. Pronation! Ja! Alter! Florian, das ist so ein Talent! Nein, aber ist so heftiger Springer, ey. Der guckt dir die Waden an, ey. Wow! Ohne Spaß, ey. Ich hasse es wirklich, wie schlecht mittel-locker Volleyball spielen meistens, ne? Gut. Ah! Gut. Guter Pass. Guter Pass. Kerze! Yeah! Ah, Ding Dates! Ja! Also, Jasper ist doch wirklich ein gereinragender Annahmespieler. Kein einziges Stück gemacht, ey. Hallo, ich bin Jasper und ich bin Mittelblocker. Ah! Clemens, bravo, weiter! Ja! Ja! Da, Clemens! Importante! Übergetreten, unser Punkt. Unser Punkt? Okay, Ali. Unser Punkt, Schnantal, übergetreten. 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 Haben wir doch letztes Mal schon gehabt, Mann! Kannst du die Regeln immer noch nicht, dann geh üben! Nächste Woche wirst du disqualifiziert. Arm. Er hat einmal eine Linie geschlagen. Na ja, mach ihn. Mach ihn weg. Okay, Jürgen, Problem auf andere Seite verlagert. Sehr gut. Oh, sehr schlecht. Bravo! Bravo! Uh! Da ist er gut reingehüpft, der Jasper. Hey! Hey, come on! Mann! Ja! Blei, wenn drin. I can't count, I'm legally blind. Bist du gerade aus so einer Hyperkamera... Oh mein Gott! Und es geht bodenlos los. Alle, alle, alle! Sehr gut. Alle, alle! Oh, nice! Oh! Lecker! Hey, hey, hey! Oh mein Gott! Oh, nee! Oh, nee! Hey, hey! Was war das denn für... Das war so ein richtiger... Ich hab mal einen Witten trainiert, Scheißkontakt. Spiel einfach den Ball rüber, Alter. Diese rumänische Arthrose, Alter. Willst coolen mit Mäuschen, mit Technik? Den so am besten noch kurz hinter das Netz, Alter. Was soll die Scheiße? Welcome to your Kodak-Moment. Oh, kurz! Ah, come on, Clemens! Geh auf eins! We have a black hole down there. There is a black hole. Oh! Alle! Oh! Ich hab gesagt, du musst jetzt mal einen blocken. Ich hab vorher wirklich drei Sekunden vorgesagt, musst du mal einen blocken. Bist du im Watson hören? Bist du hören? Bist du hören? Scheiße! Der war tough! Geh doch nicht auf Mutter! Alter, er ist ein Dreißiger, Mann. Was soll ich machen? Krass! Ehre genommen! Yay! Der Rumäne trinkt Energy. Ich warte jetzt beim Training um 21 Uhr. Das ist wirklich ein Holz-Rumäne. Das ist unglaublich. Der ist es einfach. Durchgebrochen, ey. Wir kriegen immer nur die durchgebrochenen Rumänen. Ein Dreißiger und Reiber tauschen. Now it's Florians time. One moment. His palms are sweaty. Oh, yeah! Alter, ich bin ja auch. Hast du ein bisschen wieder? Bist hoch? Ein bisschen. Du bist höher als sonst, stimmt. Du hast mehr Ton aus dem Bein. Wirklich, Jasper, ohne Spaß. Du bist wirklich so ein Arschloch. Du bist wirklich ein Arschloch, Alter. Du bist wirklich ein Arschloch, Alter. Jürgen! Der verschlimmbessert alles, ey. Das ist so behämmert, was du da machst. Ah, well, that's disappointing. Nein! Oh nein! Nein, nein, bitte nicht. Ja! Der ist wichtig. Bis dahin war echt cool, aber dann hast du's verkackt. Das gibt's nicht, ey. Oh Gott. Richtig gut, Bodenlosigkeit. 25 Dinger, yes. Von hinten wechseln. Wie viele haben wir davon selber gemacht? Wenig, auf jeden Fall. Wir haben wirklich wenig Punkte selber gemacht, Alter. Wenig bis keinen. Wenig bis keinen haben wir gemacht. Das ist echt so. Oh, wie spitze. Hast du den? Oh, nee. Hast du den? Boden Kitzler bekommen, oder was? Boden Kitzler? Boden Eichel, Boden Eichel. Ja, und der ist auch wirklich sehr klein gerade. Deswegen, er steht so richtig so ganz klein nach vorne. Falls das jemand wissen wollte. Nee, 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 abgelehnt. Du wirst gleich da sein, Stier. Ich sag mal so, Jürgen, du hast ne kleine Pecksträhne eventuell am Start. Er ist aus. Ja, gut noch getuscht. Bravo. Ja, der war Tusch. Mein Gott. Hier passieren gerade Sachen, ey. Das ist ein schwarzes Loch hier gerade in der Abwehr. Was ist denn los, Mann? Wie kann man denn jeden Tuschpunkt für die anderen haben? Jeden einzelnen Ball. Komm Jürgen, irgendwie. Gut. Kachel ein. Stark, Philipp. Gut, Philipp. Sehr stark. Oh, ist das schlecht. Gut angesteckt. Ja, das ist Osmose, Alter. Ich schieß nur in die Rottkürze, Mann. Okay, Arley! In. Na gut. Ich war in dem Ballwechsel, weil ich der Einzige, der versucht hat, Tiefen zu spielen. Dass ich mich da irgendwo für Feldmitte entscheiden muss. Ne, ist ja auch alles okay. Seid verärgert. Das ist eigentlich so ein Pissballspiel. Ja, dass er damit durchkommt, mit dieser Scheiße. Hoch, hoch. Bravo. How to sell a teammate with Philip Disman? Faker. Raster aus, raster aus. Bagger! Scheiß Pisse. Packt mich das ab, ey. Treiber aber auch, Treiber aber auch ein Fuchs, Alter. Treiber noch nicht lange gesporen, aber hat verstanden. Ja, das ist 200 DQ. Bravo, Treiber. Gut, Florian. Hier noch. Ich dreh durch. Florian gräbt den da auf zwei Metern aus, ey. Der geht in ein Highlight-Reel. Und der auch. Au! Hui! Hau ich den denn hin? Den hab ich mit der Handkante. So ne, aber die Flugkurve kannst du nicht nochmal, ohne Spaß. Stark von mir. Gut. Ja! Clemens, besser Mann! Besser Mann! Clemens, besser Mann! Ich hab das ins Auge bekommen. Geil! Ich liebe dieses Spiel, Mann. Dieses Spiel ist einfach unglaublich. Wir nur weiche Kontakte. Wir nur weiche Kontakte. A few minutes later. Weich! Was ist weich? Ist das Sprachbarriere oder was? Weich! Spritschen oder hier so tippen? Lobben! Das ist trotzdem noch hart, was du da machst. Was denkst du denn, Alter? Jetzt mach nicht dieses, ich bin ein harter Russe. Mann! Was heißt denn weich auf Russisch, Mann? Mach nicht dieses. Was heißt weich auf Russisch? Pius Dias Blatt! Pius Dias Blatt! Pius Dias Blatt! Pius Dias Blatt! Glaub ich dir nicht. Ich glaube, er lügt uns an, Dirk. Ich glaube, er lügt uns an. Was hast du gesagt? Pius Dias Blatt! 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 Reicht doch! Reicht doch! Oh! Alle! Oh! 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 Hat der Mann ohne Knie immer Fußball gespielt? Das ist Assozialell. Eine gute Aktion gibt es ihm Beini. Pius Dias Blatt! 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 Was habt ihr heute trainiert? Wutkerzen! Dass ich Michael ein Highlight gebe heute. Das ist echt... Pius Dias Blatt! Okay, alle! Und Matchball! Wer noch nicht aufgestanden hat, steht noch ein paar aus. Wer noch ein paar annehmen will, können wir noch ein paar annehmen. Alle machen Matchball-Training jetzt. Matchball-Training, gut, ja. Es sind ein paar gute Bälle dabei gewesen. Aber? Es sind ein paar schlechte. 0 bis 10? 7 würdest du ja geben. 7, bam! Alter Stier, gar nicht so schlecht. Was sagst du zu deiner neuen Rüstung? Guck mal her. Altes Gesicht, alte Sachen weg. Du hast neue Arme bekommen. Ja. Mein Arsch ist gezerrt. 1! 1!